Herzlich willkommen. Diese Woche beschäftigt mich das Thema Glücklichsein. Es ist ein unglaubliches Thema. Vor allem ist das auch vorkommen, weil sich eine 20 Jahre jüngere Frau in mich verliebt hat. Wunderschön. Ich fühle mich ja sehr geehrt mit bald 56. Und sie spricht immer vom Glücklichsein. Sie kann auch noch glücklich sein, wenn sie mit mir zusammen ist und und und. Finde ich ja auf der einen Seite wunderschön. Und dann habe ich mich aber doch gefragt, ja, was braucht es denn, dass du glücklich bist? Also ist es eine Beziehung, die du dringend willst, oder ist es ein neues Auto und dann bist du glücklich? Oder willst du, keine Ahnung, auf ein Ausland gehen und dann bist du glücklich? Oder wenn du pensioniert bist, bist du glücklich? Oder wenn du als Frau vielleicht ein Kind hast, bin ich dann glücklich? Und 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 ganz viele verschiedene Varianten von Vorstellungen, die sind, wenn ich dann glücklich bin. Und genau zu dem Thema würde ich gerne mit dir, vielleicht hast du Lust mit mir, zusammen einen Tag verbringen, den nächsten Samstag. Und wir werden uns mit dem Thema auseinandersetzen. Wir werden einfach einmal herausstellen, was denn das glücklich sein für dich überhaupt bedeutet. Ist es ein Gefühl? Ist es irgendetwas? Ist es eine Vorstellung oder ist es einfach ein Wunsch? Oder ist es irgendetwas? Wir werden uns mit dem auseinandersetzen und ich hoffe, du wirst einen Weg finden, für dich das zu definieren, was es denn für dich bedeutet und dann einen Schritt weitergehen können. Was ist denn ein Schritt, der erste Schritt, den du machen kannst, damit du glücklich bist? Also ich hoffe, ich sehe deinen nächsten Samstag. Ich würde mich sehr freuen und ich wünsche dir alles Gutes. Danke. Tschüss.